Es geht um Liebe, Sehnsucht und das Flicken gerissener Verbindung. Wir hoffen, dass euch das Spiel gefällt. Auf jeden Fall, sag mal. Und wir kommen bei Unravel. Dann wollen wir mal Flash beginnen. Erstmal ganz was anderes. Kein Öl-Shooter, kein Umgeballer, einfach mal geschildert. Hm. 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 Ui, ein Wollknäuel. Oh, ist der süß. Ach, der ist ja süß. Ein Wollknäuel. Natürlich noch alles leer, ist klar. Hm. Ist ja klasse. Unsere erste Mission, nein, erste Mission kann ich nicht nennen. Unser erster Kapitel, Disteln und Gräser. Los geht's. Ähm. Hm. ein Passer zu meinem Cap, hier war. Ah, ich kann mich schon bewegen, ok. Klasse ey. Super Aufnahme ey. Oh, Schmetterling. Das sieht klasse aus. Ui, ich springt kann nicht hoch. Sehr schön. Oh, er wird immer dünner. Ui, da ist ein Knoten drin. Du brauchst mehr Garn. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Ah. Ja, somit wurde er wieder dicker und wir können weiter. Sehr schön. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter schwimmen. Klasse. Halte RT gedrückt, um nach links zu greifen. Bewegt den Topf weiter nach links. Ah. Halt RT gedrückt, um dein Garnende zu greifen. Der linke Stick dient zum Klettern. Ah. Ah. Aha. Ah. Ok. Halte RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Ok. Ui, das Wasser ist nicht gut für ihn. Ui, weiter haben wir hier. Giesteln und Kräser. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Drücke A, um zu springen und RT, um das Lasso in der Luft zu werfen. Ah. Drücke X, um das Garn anzubringen, versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Ah, Knotenbasteleien. Wir meinten, wir meinten da drüben rechts, aber so geht es auch. Um dich zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen und anschließend losgelassen werden. Und dann... Hey, hepp. Cool. Ah, Fespin, ok. Erinnerst du dich an dein Lasso? Halte RT gedrückt und der linke Stick lässt dich nach oben klettern. Ah, du kannst beim Klettern Knotenwind drücken, um deinen Garn anzubringen. Klasse. Ui. Hoch mit dir. Klasse. Um von bestimmten Plattformen herunter zu springen, musst du der linke Stick nach unten gezogen und A gedrückt werden. Ah, ok. Halte LT gedrückt, der linke Stick lässt dich sicher an deiner Garnende herunterklettern. Ah, klasse. Siehst du den Lichtbügel, das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später zu diesem Level zurückkehrst. Ui. Ah, ok. Ah, somit habe ich dann immer mehr erfahren, ok. Ah, klasse. Ah, das Wasser füllt sich, ok. Nein, geh hoch. Ich bin da so offen. Ich bin da so offen. Heizbind fahren. flowerologie Speaker 5 Для Olive table Was? Wie die Datei Ab Einvenber Pieck Uh, wie avete ja das ist ja klar damit könnte die brücke wollen auch nur wenn es ein apel ist dann hole ich mal noch in können wir nach vorne schieben und dann kann ich damit kann ich dann hoch klasse was erfüllt sich wenn du stecken bleibst heute gedrückt um den aufschritt erneut zu starten ok ist das eine riesen tor so dann mal hier ach so wartet ok ich habe kein fahr mehr aber müsste ich erstmal wieder hoch muss man ein pin fand besorgen klasse so jetzt kann ich einfach so weiter da denke ich mal, oder? Na... Erstmal ruf ich auf die Sonnen-Doom... ... Tomaten kann ich doch... einen Knoten machen, oder? Ah... Mal gucken, ob das bis dahin reicht, ey... Oh, komm ich überhaupt... Ja doch... Ey, klasse... Eine kleine Spazierfahrt... Boah... Crash... So, jetzt muss ich hier erstmal gucken... Ah, da ist ein Dings... Sehr schön... Ich denke mal, da müssen wir uns rüber schwingen... Ja, noch ein Stück... Ja, ist so schön... Nein... Ah, fuck... So, nochmal... Und hüpp... Und hüpp... Und hüpp... Jetzt wird Schwung hier... Sehr schön... Na komm, noch ein Stück... Und... Und... Ein Garnhüller... Sehr schön... Weil sonst kommen wir hier nicht weiter... Einstellung... Grafik... Okay... Läuft damit... Guck mal, den müssen wir mitnehmen... Und dann haben wir hier schon mal einen Knoten... Und dann haben wir hier schon mal einen Knoten... Sehr schön... Jetzt können wir den mitnehmen... Ah... Cool, cool... Sandkasten hier... Das ist ein Ibel... Dann können wir den hier wieder mitnehmen... Wenn wir hier durchkommen... Jawohl... Vielleicht können wir den hier noch irgendwo hier brauchen... Ich kann mir schon denken... Nein, das mag ich... Nee, das mag ich nicht ... Ich kann mir schon denken... Ja... Den wahrscheinlich wieder drauf lassen... Ja... Jawoll Mal da drüber, kriegen wir hin Oder auch nicht Komm jetzt mit Schwung hier Oh, ich muss immer jetzt rein Na, machst du den Knoten da? Oh, da wird es da Oh, da wird es da Hm, warte mal einen Knoten machen, genau Ah, fast Ah, wo müssen wir da hin Hm Ach, hier liegt ja was Gar nicht gesehen Ah, der rollt immer runter Scheiße Ja, warum hält ich jetzt nicht Hm, warte mal Ach, Mann Klappt denn das jetzt nicht? Scheiße Oh, da kann der nur ihn Warte mal Ach, er kann nur ihn knoten Na, komm, hoch mit dir Zeug Ach, nee So, jetzt ist der Teil hier oben So, der muss mal da runter Und der Knoten Na, ich hoffe, der kriegt dich da hoch, ey Jawoll Oh, Mann Oh, Mann, ey Der Knoten So Boah Pfff Und drin im Herbsthaufen Geil Geil Na, ja Lauf Weiter Na, komm Was hat er da hier von? Ja, der King Der schon Puh Wird erster Kapitel ganz schön krass, ey Äh Hat er fein gemacht Sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Kapitel wieder Also roter, ey Bis dann Über Ä Augen Die